Und die Fernsehmacher aus Barcelona haben sich die Augen gerieben, wo sie Begriffe wie Initiativen oder Referendum gehört haben. Sofort haben Touristen in Basler Rothuis den spanischen Stand-Moderator Jordi Évole erkennt. Wir sind in die Schweiz gekommen, um zu versuchen, zwei politische Systeme zu vergleichen, wobei sie auf Demokratie basieren, wo man aber ganz anders anwendet. In der Schweiz dürfen die Bürger viel mehr an der Politik teilnehmen. In Spanien ist das überhaupt nicht so. Es gibt viele Revolte in Spanien. Man will mitdiskutieren, um mehr Einfluss auf Entscheide zu haben.